Brrrr! Boah, wieso nicht? Weil es ein Wettbewerb um ein Tanzmusikvideo ist! Und in keiner eurer Ideen ging es irgendwie ums Tanzen! Aber sie waren lustig, oder? Deine war Toy Rainbow Dash! Danke, Pinky! Brrrr! Alles okay? Okay? Es ist nichts okay! Bis morgen müssen wir unser Video abgeben und verschwenden hier nur gänzlich unsere Zeit! Es bringt nichts, Sour Sweet! Warum geben wir uns überhaupt noch Mühe? Weil der Abgabetermin noch nicht vorbei ist! Wir können uns noch einen eigenen Song ausdenken, um den von Sapphire Shores zu ersetzen, mit dem wir die ganze Zeit geübt haben! Das ist doch nicht zu schaffen! Wie konnten wir Rarity erzählen, dass wir unser Video schon eingereicht haben? Damit wir ihr Konzept immer noch nutzen können! Rarity ist kreativ! Ihr wird schon was anderes einfallen! Aber ohne ihre Idee haben wir nichts! Was sagen denn dann unsere Mitschüler über uns? Na, dass es unsere Schuld ist, dass der Frühlingsball in der langweiligen Aula stattfinden muss, statt auf einer tollen Yacht, wie wir es versprochen haben! Ja, richtig! Oh! Offenbar wollten sie ihre Mitschüler nicht enttäuschen! Aber die Rainbooms haben eine Band! Und sicher haben die einen tollen Song und wir nicht! Bald! Sie ist einzauer! Wir sind voll erledigt! Entschuldigt, Mädels! Oh, Rarity! Äh, wie lange hast du da schon gestanden? Lange genug, um mitzubekommen, dass ihr keinen eigenen Song habt! Wie ich sagte, voll erledigt! Äh, vielleicht ja auch nicht! Na ja, wie es aussieht, sind wir in letzter Zeit nicht gut miteinander ausgekommen! Aber ich denke, ich habe eine Idee, bei der wir alle gewinnen! Dann lass mal hören! Also, was ist der große Plan, über den du dich so freust? Oh! 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 Verwenden die Mädels von der Crystal Prep jetzt nicht mehr deine Idee? Doch, tun sie! Aber wir auch! Mädels, ihr könnt jetzt rauskommen! Es ist schwer zu glauben, aber dank der Mädels habe ich inzwischen erkannt, dass ein Wettstreit zwischen uns nirgendwo hinführt Dank Rarity haben wir begriffen, dass der Sieg das Einzige war, was uns angetrieben hat Wir haben uns sogar getraut, eine Idee zu stehlen, um am Ende zu gewinnen Aber so sind wir gar nicht Jetzt nicht mehr Und deshalb helfen uns die Mädels der Crystal Prep bei der Choreo und wir arbeiten zusammen mit ihnen am Song Unsere Talente zu kombinieren ist die beste Lösung Wir machen ein legendäres Musikvideo zusammen Also, wie findet ihr das? Seid ihr dabei? Das ist die beste Musikvideoidee aller Zeiten Vielleicht sollten wir erstmal mit den Songtexten anfangen Aber es geht hier nur um die Rainbooms Wir werden nirgendwo in dem Song erwähnt Aber jetzt, hilfst du mir bei den Änderungen? Will noch jemand mit uns an der Musik arbeiten? Na klar, aber zuerst lernt ihr ein paar Tanzschritte Die Musik zuerst Tanz zuerst Musik zuerst Tanz zuerst Musik zuerst Tanz zuerst Die Reihenfolge ist unwichtig Oh ja Herzlichen Dank Vielen Dank.